Zwischen Wetzigen und Schwammendingen wohnte ein Mann, der Karri heisst. Er hatte drei Söhne. Einer war blind, der andere war lahm und der dritte viel Blut. Sie liefen sich einmal über ein Feld und haben auf einmal einen Küngel gesehen. Der blind hat auf ihn geschossen, der Lami hat ihn gefangen und der Füdleblut hat ihn in seine Tasche gesteckt. Sie kamen zu einem grossen, allmächtigen Wasser. Dort hatte es drei Schiffe. Das eine hat geründet, das nächste ist gesunken und das dritte hatte keinen Boden. Und in das, was keinen Boden hatte, waren alle drei drei. Dann kamen sie zu einem grossen, allmächtigen Wald. In diesem gab es einen grossen, allmächtigen Baum. In diesem Baum gab es eine allmächtige, grosse Kapelle. Und in dieser Kapelle war ein hagebuchiger, Kildiener und ein buchsbaumiger Pfarrer, die das Weihwasser mit Knüppeln ausgeteilt haben. Selig ist dieser Mann, der diesem Weihwasser davor springen kann.